Hallo, heute möchte ich dich gerne an deine Träume erinnern, weil das ist so schön, wenn du deine Träume kennst und sie lebst und sie sagst. Vielleicht kannst du dich erinnern, wo du ein Kind warst oder in deiner Pubertät. Was hattest du da für Träume? Wolltest du Maler werden oder Astronaut oder wolltest du immer mal ein Himmelbett haben oder wolltest du eine Prinzessin sein oder wolltest du mal Model sein oder Schauspielerin? Ja, was hast du für Träume? Was schlummert tief in dir drinnen? Weil, weißt du, wenn du das machst, was du dir wünschst und es können die banalsten Sachen sein, nur ein Schmuckstück oder ein Kleid oder vielleicht auch deine Berufung zu leben, deine Berufung zu finden oder noch mehr dich selber zu sein. Weil all diese kleinen Wünsche, all diese kleinen Träume, die du hast, manchmal sind sie so klein und unbewusst oder sie haben sie versteckt oder irgendwo vergrauen, wenn du die erkennst und wenn du die lebst, dann kommst du in so eine Freude, dass du fast explodierst. Weißt du, das ist so schön, weil es ja oftmals für uns ist unsere Träume oder unsere Wünsche oder wir denken, das ist nicht möglich oder es geht nicht oder ich darf nicht oder ich kann nicht. Wir haben hunderte von Ausreden, weshalb es nicht geht, aber es geht immer, es gibt immer einen Weg. Du musst dich nur daran erinnern und dann sagst du es deinem Schutzengel, was du möchtest oder du sagst es dem Universum, der Natur, also zu wem du halt eine Beziehung hast und lebst es einfach, weißt du, tue es, tue es einfach, das Leben will gelebt werden, weißt du, es will genossen werden, wenn du schon immer mal in ein schickes Restaurant wolltest oder in Ferrari fahren oder, keine Ahnung, ein Seminar machen in Bali oder eine Reise oder Auswandern, weißt du, egal, was hast du für Wünsche, was hast du für Träume, was hast du für Sehnsüchte oder möchtest du nochmal Sex haben oder jeden Tag oder nochmal orgasmen oder weißt du, ah, was bringt dich zum Leben, was bringt dich da zum Überfüllen oder zum Überschäumen, was ist das, finde, finde deine Leidenschaft im Leben und dann lebe sie, das, ja, es gibt deinem Leben Farbe und Duft und Schönheit und hab den Mut, das auszuprobieren und das zu machen und, ja, einfach, einfach zu leben und wenn du Hilfe brauchst dabei, sagen wir, wenn du deine Wünsche nicht mehr weißt oder nicht mehr kennst, dann komm zu mir, ich biete extra eine Beratung an, die heißt Herztraumberatung und es ist einfach so schön, deine Wünsche zu sehen und zu leben und, ja, einfach zu tun oder ich biete auch Seminare an, zum Beispiel, lebe deinen Traum, wo wir echt einfach anschauen, was sind deine Träume und was hindert dich daran, die zu leben, wie kannst du das leben, wie kannst du das in dein Leben einbauen, dass du auch einfach strahlst und glücklich bist und Freude hast am Leben, weil das Leben ist so kurz, wir müssen das genießen und es gibt so viele Dinge im Leben, die so wunderschön sind, das Leben ist so wunderschön, die Erde ist so wunderschön, es gibt so viele spannende Dinge, jeden Tag, du kannst jeden Tag platzen vor Freude, wenn du möchtest, weißt du, das ist so toll, ja, und wenn du mehr Informationen über mein Angebot wissen möchtest, wenn du ein bisschen möchtest, findest du, das ist meine Homepage, lena.ch und sonst, leb einfach dein Leben, mach, was dir Freude macht, was dir Spaß macht und liebe, liebe es oft, du kannst. Okay, now I will tell it in English. Just live your dreams, live your passion, do whatever makes you happy, what gives you the feeling of being alive. I mean, do you remember, when you were a child, when you were in your teenager years, what was your dream, what you wanted to have, like you wanted to have this car, or you wanted to fly to the moon, or you wanted to be a queen, or you wanted to be actress, or model, or what was your dream, or you wanted to have really big jewelry, or you wanted to become the best painter, or whatever, what was that gave you pleasure in your heart, or you wanted to have peace on earth, you wanted to have everyone to be in love, or what was your dream, and don't give up on those dreams, hold on on them, bring them back to life, and fulfill them. It's very easy, it's very easy, just do it, just live it, because, you know, everyone has dreams, everyone has passions, and if you follow them, you become so happy, you become so alive, your life gets so much more pure, and nice, and it brings you back to yourself, to your soul, to your heart, and that's just, it's just really beautiful. So, remember your dreams, and, you know, often we have so many reasons, and so many excuses, why we cannot live the dream, why for us it's not possible, or why it's in general not possible, and that's just not true, it's not true, it's always possible. We have so many possibilities, there is so much love, and joy, and everything, you can fulfill all your dreams, I don't know, if you ever wanted to drive a Porsche, just do it, if you wanted to go on holiday, just do it, if you ever wanted to talk to the angels, or to make peace on earth, or to make everyone happy, just do it, everything is possible, all your dreams can come true, just remember them. Really, and if you have problems, or you don't know how to remember them, you can come to me, because I developed a special consultation, called Heart Dream Consultation, where we look into your heart, and find out what is your dream, what is your passion, so that you can live it, that you can be as happy as I am, and just, just every day, enjoy, because, you know, you can be happy every day, it's really nice and possible, so, yeah. I just really wish that we are all happy, that all, all the earth is happy. So, if you want more information about how I can help you, you can go to my homepage, lena.ch, and there you find many, many stuff, which can make you happy, or feel good, or anything like this. Thanks for watching, and, yeah, maybe we'll see you soon, and just enjoy your life. Gnissi dein Leben! Tschüss, bis bald! Bye-bye, see you!